Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Die Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg ist momentan, trotz des von Herrn Kollegen Bayer erwähnten Berichtes, nicht gerade der Medienkracher. Und ich habe länger gekrübelt, was die SPD-Fraktion wohl zu ihrer Themenwahl bewogen haben könnte. Soll es von den für Rot-Rot eher unangenehmen Top-Themen wie BER-Eröffnung, Flugrouten und Umfragenergebnissen ablenken oder steckt dahinter ein anderes Kalkül? Der Masterplan Gesundheitsregion Berlin-Brandenburg wurde am 27.11.2007 in Kraft gesetzt und zielt bis ins Jahr 2013. Ausgehend von dem 1990er Kabinettsbeschluss zur Aufgabenverteilung sollte das gemeinsame Gesundheitscluster weiterentwickelt werden. Zur Umsetzung des Masterplanes besteht das Netzwerk Health Capital. Die Fortschreibung des Planes steht aktuell an. Obwohl Gesundheitswesen und Gesundheitswirtschaft für beide Länder als größter Arbeitgeber- und Wachstumsmarkt von hoher Bedeutung sind und der Masterplan offiziell immer als Erfolgsgeschichte gefeiert wird, läuft es nicht so richtig rund hinter den Kulissen. Bei gemeinsamen Ausschusssitzungen 2010 und 2011 wurden die Probleme auch offen benannt. So stellte der heutige Gesundheitssenator Czaja recht unverblümt fest, dass der in der Vergangenheit praktizierte Grundsatz stationäre Rehabilitation finde in Brandenburg und Hochschulmedizin in Berlin statt, von, Zitat, Berlin unter Beteiligung von Vivantes verlassen worden sei. Stationäre Rehabilitation wird zunehmend von eigenen Trägern auch in Berlin durchgeführt, zum Beispiel große Privatkliniken in Berlin-Tegel in landschaftlich reizvoller Lage. Beklagt werden Doppelstrukturen in Berlin und im Berliner Umland, fehlende gemeinsame Konzepte bezüglich Investitionsstrategien und Patientenströme, Benachteiligungen der Brandenburger Klinik bei studentischen Praktika und die Debatte um eine eigene medizinische Fakultät in Brandenburg. Im Entschließungsantrag werden die zwei aktuellsten Streitpunkte noch einmal aufgeführt. Die neurologische Frührehabilitation der Phase B und die Kündigung der Verträge der brandenburgischen akademischen Lehrkrankenhäuser durch die Charité. Die neurologische Frührehabilitation mit ihrem Phasenmodell für Patienten mit schweren und schwersten Hirnschädigungen hat sich zu einem besonderen Zankapfel entwickelt. Sie stellt eine sehr aufwendige Form von Rehabilitation dar, bei der noch intensivmedizinische Behandlungsmöglichkeiten vorgehalten werden müssen. Sie wird von den Krankenkassen und nicht von den Rentenversicherungsträgern finanziert. Bei einer empfohlenen Mindestbehandlungsdauer von acht Wochen und schwerstkranken Patienten geht es auch um viel Geld. Ferner war die neurologische Frührehabilitation bei der Aufgabenverteilung zwischen Berlin und Brandenburg 1990 noch nicht existent und bietet daher besonderen Interpretationsspielraum. Die Kündigung der Verträge der akademischen Lehrkrankenhäuser hat, obwohl inzwischen eine Einigung erzielt wurde, auf Brandenburger Seite zur besonderen Verärgerung geführt, damit neuen Verträgen versucht werden sollte, auf die Besetzung von Chefarztstellen das Überweisungsverhalten und das Leistungsangebot der Kliniken Einfluss zu nehmen. Von Berliner Seite wird die neue Approbationsordnung, aber auch die drohende Konkurrenz einer privaten medizinischen Fakultät ins Feld geführt. Dem Entschließungsantrag werden wir zustimmen. Es ist richtig zu fokussieren, dass Gesundheitswirtschaft nicht vorwiegend unter dem Aspekt von Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum zu sehen ist, sondern dass wir die Gesundheitsversorgung einer älter werdenden Bevölkerung in einem Flächenland sicherzustellen haben. Das Anliegen des Antrages, den schwierigen Verhandlungen mit dem Land Brandenburg durch einen Landtagsbeschluss mehr Nachdruck zu verleihen, das unterstützen wir. Insgesamt sehen wir gerade im Gesundheitsbereich, dass die gescheiterte Länderfusion und die Verweigerung eines Neuanfangs zu massiv nachteiligen Folgen für die gesamte Region führt. Hier wächst nicht zusammen, was zusammengehört, sondern hier wird immer ungenierter Konkurrenz gegeneinander gemacht. Lange werden wir uns das nicht mehr leisten können.